Hallo und willkommen zu einem kleinen Let's Play mit mir den David und einmal den Fabian WTF Wieso läuft Fraps flüssiger bei mir als Bandicam WTF Scheiße ist man hat's gemerkt also Leute wenn Bandicam bei euch leckt sagt mir bescheid ich geb euch Fraps Crackit ist viel besser Danke dass du sowas in die Aufnahme sagst sowas geht egal Na toll Sagt mir ein User der nicht Minecraft Crackit spielt oder mit irgendeinem scheiß Crackit Programm aufnimmt Naja ich hör Ich krieg meine 27 Holz noch wieder Fabian Die du mir gezockt hast weil du mich getötet hast Die hat schon längst verbraucht Arschloch Sorry deine Kohle auch schon längst ausgegeben Naja klar Weiße wir Farben hier so schön Der zockt mir hier auch mal Ich hab jetzt aber nicht Aufnahmen gedrückt Nein? Nein Ach du bist doch doof Ja das war so überraschend Tja Komm ich starte neu Siehst du meine YouTuber So ist das wenn man ein Tube Gamer Video macht Nur Chaos und Gemurks hier Genau Kein vernünftige Spielen sofort schlagen Das ist halt ein Let's Play Together soll das werden Ob das Stand hält Weiß ich nicht Aber wir versuchen so viel im Folgen wie möglich jetzt hiervon zu machen Nein, fertig Genau Das hab ich aber nicht auf Stoppu gedrückt Oh, er hat ein Wecker nicht gestaltet Das ist kein Wecker, das ist nur professionelle Stoppu Ja wer es glaubt auf Wecker.de ne Das ist ein Wecker, wer ist das nicht Das ist kein Wecker Das ist ein Wecker Das ist ein Wecker Die App heißt Stoppu Auf Wecker.de Das ist Wecker.de ey Ich hab deine Lieblingsseite Glaub ich dir aufs Wort Naja, was da wir gerade von dir reden, ne Sag ich mal gar nichts Da ich ja keinen beleidigen möchte Weil er auf Wecker.de was holt Mein Skype ist ab Haha Das ist alles nur wegen dir Liegt bestimmt an Wecker.de Hast du den Wecker jetzt gestellt? Er sagt nichts Ähm Ja So ist denn der Fabian Was gehört Das fährt kurz nur ab, wenn es deine Stimme hört Hm Na, ich will jetzt nicht sagen, aber ich sag mal deine Also ich sag's jetzt mal so Bei mir leckt Fraps jetzt ein kleines bisschen Aber im Gegensatz zu Bandicam ist das kein Vergleich Das ist richtig flüssig mit Fraps Na, sein Internet ist abgekackt Mit Skype Ich hab grad in der Aufnahme gesagt, dass ein Scheiß Internet in die Skype abgekackt ist Na, für dich Na, für dich auch Na, für dich Na, für dich Na, für dich Die eins und sechs. Zeit werden also mit allen Mocci eins ausweiten in der flüssig läuft es nur lange nicht dass es jeder ist ja das heißt er hat ein scheiß Computer Aha sagt das zu den YouTuber nur was böse Nein ich rede von denen die bei bei denen es nicht ja ja hab ich auch lieb ich glaube nicht halt ein Problem damit ja Eisen ha ha das hört mich 200 Scherz 6 Eise er freut sich über 6 Eise in jährlich st ein sucht das sind ein eigenes Eisen du hast mein Kohl und meine Spitzkirche und mein Holz geklaut auf wir zusammen machen du machst du selber mit Eisenspitz wenn Eisen finden das Tja das fühlt sich stolz was sind die Aufnahme gestartet Nein dein Ernst ich hab Baddruck gefunden du musst mir auch Bescheid sagen hab ich doch ich hab um 20 ungefähr angefangen das heißt ich mach 40 Minuten also 20 das ist mir eigentlich schnutz ob ich jetzt 40 Minuten oder 100 Minuten mach so alles gleich 50 sie hat kein Unterschied was war das denn weil Junge so oft mit einer halbwitzigen kommen fühlst du dich stolz noch hast du jetzt ein Wecker ja ja er nicht selber reden kann zu drücken und mit denen er reden kann ja siehst du so machst du es dann du weißt du nicht Frucht ich hab Holz gefunden wow ohne Eisenspitz ich mach mal die jetzt gleich ich hab ob du etwas Holzbeil des Spons ich hab Kohle und ich hab' den Ofen das so ein Sack ein Wunder ich hab' ich hab' frag' mich immer noch wieso du keine Sackflöhe ist weil ich korrekt bin na wer es glaubt ein Mann und das hier habe ich einen ich hab' einen das war für mich selbst zu beleidigen das nervt ich hab' gesagt ich hab' den Einsatz von dir du Honk Ohr zum Beispiel Versteigungsverfahren ist alles auch Junge und das ein Problem damit dass du mit ihr bist weil ich ganz bin ich das ist ganz anders an zum Beispiel Fabian stinkt mann du kackeisen weil ich hat die Fresse was euch Lava unterschütten so fressen in deiner ungerns Sprache ist so fressen sagt der Penner hat der Hooligan ich gebe dir gleich Hooligan ich kann gleich mit einem Eisenschwert runter du Hooligan ja ich komm der Mann mit einem Diamantschwert also auf den Diamanten nachzuspannen Naja klar ja 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 Vielen Dank.